Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Calvin and the Infamous Machine. Jo, wir sind hier in einem Konzert für die ultrareichen Leute und für Lördsturm-Mündring. Wir schauen uns mal hier um, was wir so finden. Und ich bin nauseös. Es sind ein paar randomen Papers. Ich bin nicht sicher, ob sie es so ist. Okay, wir gucken mal hier hinten. Hier ist zacken Duster. Ja. Ja, okay. Ich würde mal sagen, es ist zu dunkel. Wir brauchen irgendwas, um Licht zu machen. Oder das Geldbeutel. Das brauchen wir. Wenn ich etwas rauskriebe, wenn ich etwas rauskriebe, wenn ich etwas rauskriebe, wenn ich etwas rauskriebe. Hmm. Excuse me, have any of you seen... Shh. Shh, Kevin. Huh. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass das als Headbanging-Musik ist. You kidding? Das ist schrägst, jetzt! Jetzt! Play the blood Devils of Torment! Shh. Hmm. Hey, do you think you could help me convince the bouncer to let me into the bar next door? What? No way! That guy is terrifying! I bet you could take him. You're pretty intimidating yourself. Hardly. Ich bin Angst vor fast alles, Bouncers, Spiders, du nimmst es. Wer ist denn dieser Typ? Gerne, Mann? Das ist Matthew Churchill. Aber die meisten Leute nennen ihn den Fönix der Macht. Von der meisten Leute, meinst du, nur du? Sehr gut. Der Fönix wird aufstehen! Schau dich! Bleib dich brutal. Bis der Bödenwurm uns nimmt. Okay, ich hab ja das Gefühl, hier könnte noch ein bisschen Exzess passieren. Ich bin ein Mann auf der Mission. Warte mal, werden wir hier Kaugummi? Ah, verdammt, was ist Kaugummi an Hammer? Ich bin nicht sicher, wie die zusammenkommen. Nein, ich würde nicht. Oder an Anschlagbretten nie. Das macht ja... Aber wir können am Anschlagbrett ja schlauern. Hat er noch was zu erzählen? Oder macht er die alten Dialoge rein? Was willst du jetzt? Nur sagen, hi! Bitte nicht! Wir können die Flöte nicht nehmen. Lass das zurück! Was ist, wenn wir da Kaugummi drauf machen? Nein, ich würde nicht. Und wenn wir da drauf schlagen? Nein, ich bin ziemlich sicher, dass ich in eine Dungeon oder so etwas getrunken würde. Ach so. Hm. Oder wenn wir am Notfallglas... Kaugummi? Nein, ich würde nicht. Hm. Was haben wir hier noch? Tomorrow night only. Maestro Matthew S. Francis performt sein zelibretendes Yawning Concerto. Hm. Ich weiß nicht, warum Lupin skippt diesen Mann. Ich bin nicht sicher, wie sie zusammen gehen. Ach so, und äh... Ne, das war es nicht. In der Hilfe stand drinnen F für Hotspots. Also es gibt Hotspots. Was ist das denn? Wie ist dies aus? Ach. Äh, wo war denn eine Kerze? Okay, wir haben eine... Ah. Oh, da können wir... Schade, schade. Aber wie kriegen wir denn... Wo war denn eine Kerze? Ach, warte mal. Können wir vielleicht hier... Moment mal. Ich dachte so, die Glaskugel drauf und dann verkleben wir die hier. Warte mal, verkleben? Ach, schade, schade, schade. Ah, warte mal. Wobei, guck mal, wir könnten das wahrscheinlich direkt hier raufpacken, ne? Äh, will das für eine Crystal Ballvergleichung funktionieren? Wow. Hey, danke. Das sollte großartig sein. Let me repay the favor with a complimentary fortune. Super. Complimentary as in free, right? That's the one. Awesome! Humm, au, la, uuuh. Hmm, the shapes are indistinct. Your fate seems you're undecided. Wait, never mind. Somebody's definitely going to shoot you. What? What? Are you serious? Yep, it's right there in the ball. What ever happened to Divination is a mysterious and fickle craft? This time it was mysteriously clear. Oh, man. Well, thanks, I guess. Tell your friends. Äh, warum? Are you sure, somebody's going to shoot me? Sure as it gets. Now beat it. I don't want to die in the crossfire. Wie im Kreuzfeuer. Ähm. Okay, wir haben eine Kerze. Wo, wo gab's denn Feuer? Wir werden also erschossen. Na super. Ähm. Ähm. Ah, hier ist die Kerze. Guck mal. Yeah. Und ab im Rucksack. Das ist wahrscheinlich safe. Aber sowas von sicher ist das. Ähm. Da, 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 ba, ba, ba. Ah, hier hätten wir es wahrscheinlich auch machen können. Okay. So, aber wir können jetzt hier in der Lampe die Kerze reinpacken, ne? Da, 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 da. Ah. Ich will ihn nennen Lennon's McNoface. McNoface. Er ist lockt. Shit. Ist das ein Mop, der von menschlichen Haaren gemacht hat? Oh, es ist sicher. Oh, yuck. Kann man den mitnehmen? Na toll, aber damit kann man ihn nicht sauber machen. Iiiiich. Ich werde das einfach da verlassen. Eine Box. Eine kaputte Leiter. Yeah, das brauchen wir. Warum würde jemand eine Leiter so kurz machen? Warte. Nein, das muss wirklich sein. Ah, shit. War zu schnell. Entschuldigung. Das sieht aus wie eine Flöte. Ein Seil. Was ist ein Snake? Okay, ja, das ist eine Rope. Und eine mit. Ah. Und dann nicht mit. Aber wir haben Mop-Haare. Aber pass auf, das. Damit hätten wir ein Bärtchen machen können. Oder bis wir das hier auf die Puppe packen. Ah, okay. Klaunanzug, ja. Oh. Aber das Seil könnten wir gut gebrauchen. Mal gucken. Mal gucken, nochmal. Ich glaube aber, der Stock mit Löchern, der ist gut hier für die... Oder können wir hier vielleicht... No, I'd rather not. Okay. Pass mal, wir tauschen mal die Flöte damit aus. Ich glaube, das fällt gar nicht auf, wenn wir das machen. Hier, den Stock mit Löchern. Und wir haben eine Flöte. Yeah. Hey. Na klar, es ist das Gleiche. Ich sag's ja. Den brauchen wir, um älter auszusehen. So, mit der Flüte hier. Trüte, Flüte, Tüte. Können wir wahrscheinlich... Das machen. Okay. Nur, dass die taub sind, ne? Von Geburt an. Können wir hier Klebstoff? Na, dann fass er an. Ich bin nicht ein smarter Mann. Kelvin, bist du da? Was ist dein Status? Mein Status? Äh, es ist, äh, gut. Great. Was hast du gemacht? Well, früher, ich war ein Rigged Carnival-Games. Und jetzt, ich habe ein Cobra in mein Backpack. Keine 필요, dass du ein smartass bist, Kelvin. Ich bin nicht. Ich habe wirklich diese Dinge gemacht. Wow, das ist... viel schlimmer. Kelvin, bitte stopt zu verhämmen Dinge und beginnt die Welt, okay? Ich bin auf. Okay. So, jetzt haben wir eine... Können... Uh, vielleicht... Warte mal. Mit der können wir doch bestimmt hier... Die packt mal eine Tasche. Komm. Da, 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 da. Ich wusste es. Okay. Das wollte ich nicht. Und er setzt sich einmal wieder in Ruhe hin und guckt weiter... Ach, sie steht wieder auf, okay. Yeah, Metal. Okay. Äh, wir haben jetzt, äh, den Garderomenschein. Sehr gut. Wir kriegen endlich die Klamotten, die wir brauchen und die uns eigentlich zustehen. I don't recall you checking any garments. Sounds like somebody's got a fuzzy memory. Hm. Have a pleasant evening. Ja, pleasant. Na klar haben wir einen. Sehr gut. Ey, mit Monockel. Mit Monockel. Dang, this hat is so fancy, it probably has an offshore bank account. Ach so, jetzt können wir das bestimmt kombinieren. Das mit das. Hold, the perfect snooty disguise. Okay. Boom. Just call me Lord Kelvin. Yeah. Wait, I think that's taken. Ach, schade. Okay, ähm, Lord Kelvin darf jetzt endlich rein, oder? Wir sehen richtig reich aus und... Good evening, smelly door person. I am wealthy sausage mogul Abraham von Froman. And I demand a mittens into this cosmopolitan beer hall. Good evening here, Froman. Please come right in. Wait a minute. Was? Have I seen you here before? Nein. What? No, nope. I am visiting. Ähm, Schnitzelberg. My mistake. Enjoy your evening, sir. Oh, das hat gerade so geklappt. So, wir sind endlich drin. Oh. Kelvin, come in. I... Kelvin, why are you dressed like that fancy peanut? I used the power of disguise to sneak into an upscale bar. Oh, wow. I'm so glad you've prioritized drinking over the impending doom of the universe. Two birds with one stone, Lise. I have it on semi-decent authority that Beethoven is somewhere in this bar right now. Well, hurry up and get him back on track. The system's detected another temporal disturbance. Lupin's still at it. You can count on Abraham von Froman. Who is that? It's me. I invented a brilliant pseudonym to complete my disguise. Oh, whatever works, Kelvin. Ich glaube, es geht noch richtig... Oh, oh, oh. Entschuldigung. Moment. Da hat sich ein Grümel gerade verbrannt. Ähm. Ich glaube, es geht noch richtig mächtig schief, die Erfindung, die er hier gemacht hat. Äh, äh, Steinschirb. Oh, ja. Ja, ich will. Hello, friend. Hey. Take a seat and try your luck against the reigning, reigning, reigning champion. You want me to arm wrestle that jack, dude? No chance. Oh, contraire, what I mean? No, no, no. Not arm wrestle. Pop shaker. Oh, Gott. Rock, 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 rock. Rock, paper, scissors? Yes, that one. That is the one right there in the middle. What do I get if I win? You get the most best prize in the world. Yeah, beer. Oh, hell yeah. Let's do this. Warte mal, guck mal hier. Ist das vielleicht ein Hinweis? Ich würde mal sagen, er nimmt jetzt so Stein. Ich nehme mal Papier. Mist. Papier. Mhm. Scherer. Ich probiere noch mal. Warte mal. Ähm, und zwar, wir nehmen jetzt den Stein. So, dann ist irgendwas. Äh, warte mal, wir hatten dort, was hatten wir dann genommen? Wir hatten Papier. Schere, ne? Dann machen wir jetzt zum Schluss Schere. Pass auf. Mist. Ach so. Also mal Stein. 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 Ja, 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 ja. Ich glaube, das müssen wir uns erklären lassen, von irgendwem. Was haben wir, was für ein Barkeeper? Hier hinter ist nichts weiter. Ich mache mal kurz F. Okay. Barkeeper. Willkommen, Sir. What can I get you? Äh, Bier. Beer me, Barkeep. I'm sorry, Sir, we only have one beer left. Oh, nee, ne? And it's reserved for the winner of the rock paper scissors tournament. One beer? Yeah, that ornery composer over there has been drinking us dry. Oh, Beethoven trinkt alle unter der Dusche hier. I'll take a needlessly elaborate cocktail. Outstanding choice, Sir. I'll prepare you my signature drink, the Ardolins Samimi. The September issue of Snobbery describes it as acerbic yet plummy with subtle hints of lavender and beef. You're really gonna like this. Baller. Okay. Welcome, Sir. What can I get you? Give me the strongest thing you got. The Malaskia, Sir? I'm afraid that particular drink requires a prescription. Whoa. How come? The last few patrons to order it experienced some ill effects. What, like a stomachache? They imploded. Oh. Cool. I'm good for now. I am at your service, Sir. Äh, ich find das nicht cool implodieren. Hab gelesen, es soll nicht so gut sein. It's the bartender's signature drink. Okay. Da-dam-bam. Hier ist noch der Mischer. Hm, Mischer, der Bär. Das sieht aus wie die drei Piraten bei Monkey Island. Hm. Hm. Oh, Dart und Poster. Advertisements used to be so subtle. Hm. Furchtbar cooler Typ. Erdnüsse, die will ich haben. Meine. Ja. Ja. I better be careful with these. I'm pretty allergic. Not to mention, they've been here longer than I have. Ooh. Ooh. How the heck did you get in here? You don't meet the dress code at all. Easy. I've been in here since before they had one. When did they start? I don't know. Four years ago? You, Sir, are a legend. Hm. Cheers to that, brother. Nobody's ever tried to kick you out in four years? Most folks in the bar don't even notice me no more. Watch. Hey, idiots! Y'all are a bunch of inbred privileged dandies! See? That's incredible. Well, be fair. Dude over there was pretty deaf. Hm. For somebody who hasn't left the building in four years, you don't smell all that bad. What can I say? Clean mind, clean body. Somehow, I'm guessing that doesn't apply here. Fine. I scrub myself down with tonic water. Whoa. 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 Keep on living the dream, buddy. Way ahead of you. Okay, los. Beethoven, was hat er hier? Okay, nichts weiter. Excuse me, Sir, are you Ludwig van Beethoven? Sir? Äh, Ludwig? Sir, are you Beethoven? Who are you? What's the places do you want? And speak up! I am here to help you ride your next symphony! Ha! There will be no next symphony! Why not? You're so good! Perhaps you failed to notice, but I can barely hear a sing. I did notice! When did that happen? Hours ago. I was accosted by a wild-eyed shrub of a man. Wow. Some infernal horn. He flooded my ears with a terrible screeching tone. Now, the only sound I hear clearly is that of this damped mug striking the table as I drink my misery away. Da-da-da-da. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. This-this is no music. It's a poem. To help me soothe my pained and fizzled soul. Oh! Can I hear what you've got so far? I close my eyes and scream. It does not reach my ear. Music is like a dream. Fun. That I cannot hear. Yikes. Maybe stick to instrumentals. Say again. I said, that's really deep. How about this? I'll start a melody and you can just run with it. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh. Dafür brauchen wir das Bier. Okay, und der Mischer. Los, Mischer, erzähl mir. What business do you have with the shuffler? Could I borrow your cards? Cards? What is the shuffler without his cards? What is a muskox without his musk? What is the barrel salesman without his mini barrels? All right. All right. I got it. Ooh. Can I show you a magic trick? The shuffler does not deign to engage in petty trickery, magical or otherwise. He is the practitioner of an art. You would do well to respect it. Okay. Looks like somebody needs a drink refill. The shuffler is awed by your observational prowess. If I bring you a drink, will you let me borrow your cards for a few minutes? The shuffler is not one to make promises, but perhaps. Okay. The Kelvin will see you later. The shuffler does not appreciate your mockery. Ich ahne mal, was? Kleinen Moment. Warte mal. Können wir die... Ach, schade. Geht das? I'm not sure how those go together. Okay. Geht das hier? I'm not sure how those go together. Okay. Aber das geht. Did you have business with the shuffler? What? I just gave you a drink. You said you let me borrow your cards. The shuffler recalls no such drink. And no such bargain. You must remember, sir. You. You're a tricky one. Mhm. Mhm. Ich glaube, um den müssen wir uns gesondert kümmern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Euer Firefox. Euer Firefox. Mm-hmm. Abergele.